Mehr als 20 Jahre gemeinsame Arbeit. Ich lasse ein Rezept und sie vollbrachte Wunder auf dem Feuer. Wie verbringe ich schon viel mehr Zeit zusammen als die meisten Ehepaare? Ich bitte Sie noch einmal, Jenny. Heiraten wir. Wie oft denken Sie, stellen Sie mir diese Frage wohl nach? Glück ist, weiter das zu begehren, was man bereits hat. Was Sie habe ich nie gehabt. Dieser Augenblick ist der schönste Moment meines Tages. Was ist das? Das war's für heute.